Heute zeige ich euch mal wieder Handschuhe. Diesmal von Revit. Die sind aus Ziegenleder und ihr habt auch hier wieder diesen Knöchelschutz, der ist wieder vorhanden. Was cool ist, die kann man auch am Smartphone benutzen. Also die haben halt so für dieses Touchfeld haben die halt die Funktion, dass man die Handschuhe halt nicht ausziehen muss, wenn man sein Handy benutzen möchte, aber bitte nicht während der Fahrt. Also ist ja klar. Ja, haben wir in Braun und in Schwarz, in allen Größen, also was heißt alle Größe, auf jeden Fall von M bis XXL haben wir alles da. Kommt vorbei, probiert sie an, sonst findet ihr den Link zur Homepage in der Infobox, aber ich sehe euch natürlich viel lieber hier, also kommt vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.